Die moderne Wundversorgung bietet uns eine große Auswahl. Was können eigentlich Hydrofaserverbände? Willkommen beim Draco Videoblog. Die Hydrofaser fördert die Reinigungseffekte in der Wundheilung. Heute sprechen wir darüber, wie genau sie das macht und wann und bei welchen Wunden wir uns das zunutze machen können. Die Hydrofaser ist ein gelbildender Faserverband, bestehend aus Carboxymethylzololose. Vor allem ist dieser geeignet für mäßig bis aber auch stark exudierende Wunden, weil die Fasern in der Lage sind, sehr viel Wundexudat aufzunehmen und zu binden. Wie Sie hier sehen können, erreicht die Hydrofaser eine starke Exudatbindung durch effektives Gelieren. In diesem Gel wird aber nicht nur das Exudat, sondern auch Zelltrümmer und Bakterien gebunden. Mögliche Anwendungsgebiete der Hydrofaser sind tiefe Wunden, welche ich mit der Hydrofaser auffüllen und austamponieren kann. Zudem ist es aber möglich, die Tamponade in einem Stück aus der Wunde entfernen zu können. Des Weiteren sind sie aber auch bei möglichen Fibrinbelegen oder auch Nekrosen geeignet und ich kann sie auch bei infizierten Wunden nutzen. Natürlich unter Beobachtung, da in den angeschwollenen Fasern Bakterien gebunden werden und dadurch die Anzahl der Bakterien in der Wunde verringert wird. Die grundsätzliche Anwendung erfolgt innerhalb der Exudations-, aber auch in der Granulationsphase. Sie sind sich nicht sicher, welche Wundauflage auf welche Wunde passt? Nutzen Sie unsere Wundversorgungshilfe und ermitteln Sie in fünf kurzen Schritten die am besten geeignete Draco-Wundauflage. Noch ein Tipp, um Regresse zu vermeiden. Auch bei Hydrofaserverbänden lohnt sich ein Preisvergleich. Hier sehen Sie zum Beispiel, dass die Draco Hydrofaser die günstigste Alternative unter diesen Herstellern ist. Auch günstiger als Aquacell Extra zum Beispiel. Das können Sie natürlich auch selbst mit unserem Online-Preisvergleich überprüfen und auch für andere Produkte ausprobieren. Zudem haben Sie hier auch die Möglichkeit, kostenlose Produktmuster anzufordern. Nun möchte ich Ihnen an unserer Wilma demonstrieren, wie man eine Hydrofaser anbringt und erklären, was es sonst noch zu beachten gilt. Die grundsätzliche Versorgung erfolgt wie bei allen anderen Wunden und Versorgungen auch. Die Wunde wird gereinigt, debridiert, gegebenenfalls desinfiziert und achten Sie auch darauf, dass die Umgebungshaut trocken ist. Dann wählen wir die Hydrofaser in der passenden Größe aus. Zur Verfügung stehen hier 5 cm oder auch 10 cm große Wundauflagen. Sollte das von der Größe trotzdem nicht passen, ist ein Zuschneiden mit einer sterilen Schere möglich. Bei der Größenauswahl des Produktes sollten Sie darauf achten, dass die Wundauflage ca. 2-3 cm größer ist als die zu versorgende Wunde. Sie darf also über den Wundrand hinausragen. Das ist möglich, weil durch die vertikale Exudataufnahme das Macerationsrisiko verringert wird. Nun müssen wir noch passend zur Exudatmenge eine Sekundärauflage auswählen. Das können z.B. Kompressen sein. Und dann müssen wir unseren Verband noch mit einer Fixierung am Fuß fixieren, z.B. mit einem Mullwickel. Was passiert nun, wenn die Hydrofaser mit Wundexudat in Kontakt kommt? Auch das möchte ich Ihnen hier einmal zeigen. Wenn Sie sich den genaueren Gelierprozess nochmal anschauen möchten, dann schauen Sie sich doch auch unsere Folge 5 an, wo es um tiefe Wunden geht. Hier können wir sehen, dass die Hydrofaser das Wundexudat aufgenommen und vor allem auch gebunden hat. Zudem ist die Wundauflage weiterhin formstabil und kann als Ganzes aus der Wunde entfernt werden. Durch das Gelieren der Wundauflage wird auch ein Verkleben mit dem Wundgrund vermieden, wodurch in jedem Fall ein traumatischer Verbandwechsel stattfinden kann. Zusammengefasst. Hydrofasern eignen sich für mäßig bis stark exudierende Wunden. Das entstehende Gel bindet zum einen Exudat, Zelltrümmer, aber auch Keime. Durch die vertikale Exudataufnahme wird ein Macerationsrisiko reduziert. Wir haben hier einen atraumatischen Verbandwechsel, weil ein Verkleben mit der Wunde vermieden wird. Nutzen Sie für den Alltag die Musterbestellung auf draco.de. Wollen Sie keine neue Folge verpassen, dann abonnieren Sie doch unseren YouTube-Kanal und dann freue ich mich, wenn Sie auch zur nächsten Folge einschalten, wenn es um das Thema Akneinversa gehen wird. Vielen Dank und bis bald!